Lachen Frühstück Na, was ist denn? Wo seid's denn heute wieder? Aha, wird's bald? Wir sind doch schon da, Papa. Morgen, Papa. Morgen, Papa. Ich hätte ihn gesagt, dass du da hinsetzen sollst. Du wirst da warten können. Entschuldige, Papa. Setzen. Na, Papa. Was denn? Sitzt du gut in deinem neuen Lähnstuhl? Ja, danke, 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 ja. Ein bisschen Anstand kann dir nicht schaden, gell? Wo ist denn die Urschel? Die ist im Stall draußen, bei unserer Kuh, bei der Walli. Die wird doch bald kälbern. Was? Ja, die hätt doch gestern schon kälbern sollen. Was tritzelt denn das blöde Vieh so lange rum? Die ist genauso langweilig wie ihr auch. Mein Papa, alles gebraucht hat's halt sein. Hab ich dich was gefragt? Ich mein ja bloß. Du hast nichts zu meinen. Das heißt, äh, 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 ein Brief ist gekommen. Ich glaub vom Bürgermeister. Was? Ein Brief? Das erfahr ich erst jetzt. Wo ist denn der Brief? Ich hol ihn ja schon. Ah, schon. Ist das Grünfutter schon herin, hm? Herr Bauer, ich hab's erst gemäht. Ich fahr's noch schon rein. Ich bin schon ein Trichel nicht so lang rum. Und schau, dass's reinkommt. So, Teller. Da, da ist der Brief. Ja. Ach, da, schon wieder, schon wieder eine Gemeinderatssitzung, als wenn ich nichts anderes zum Ton hätt. Papa, soll ich dein Zeug von gestern abladen? Na, sag einmal, ist das immer noch nicht abgeladen? Ja, Bauer, du bist gut. Das war doch gestern schon stockfinster. Wir haben ja gar nichts mehr gesehen. Haben wir kein Licht im Staudel, hm? Ja, ich weiß schon. Ihr zwei habt's die Arbeit nicht erfunden. Soll ich vielleicht das Heu abladen, hm? Das könnte auch nicht schaden. Du, nicht so schnappig sein, gell? Das mag ich nicht. Zigarren? Ja, sofort, Bauer. Komm, Bauer. Ist gut so? Ja. Wo ist denn mit Zeidung? Wo ist denn mit jeres Schöberhund, hm? Wo ist denn mit Zeidung? Hm? Wo ist denn mit Zeidung? Hm? Wo ist denn mit Zeidung? Hm? Wenn Sie dann mit dem Kaffee fertig sind, seid Sie jetzt abräumt, gell? Aufstehen! Wenn jemand nach mir fragt, bin ich in die Gemeinde. Beim Bergermeister. So, Bauerin, lang mach ich das fein immer mit, gell? Da kommt mir's ja auch vor wie ein Depp. Ich versteh das nicht, Mama, wirst du das alles gefallen lassen kannst. Früher war er nicht so. Der ist erst so, seit sein Mutter gestorben ist. Bei der hat er nichts zu lachen gehabt. Ja, und jetzt meint der Papa, er muss uns genauso behandeln. Damit wir auch nichts zum Lachen haben. Ich lass ihn heut reden. Ändern kann man sowieso nimmer in dem Alter. Und wenn heut dein Honkel Hans kommt, dann explodiert er sowieso, unser lieber Herr Bauer. Weil Sie ihm nicht gesagt habt, dass er kommt. Mein Schwager hat ausdrücklich gesagt, wir sollen nix sagen, dass er kommt. Es soll ja Überraschung sein. Der muss ja doch schon lang da sein. Versteh gar nicht, wo der bleibt. Na also, ich fahr jetzt auf jeden Fall das Grünfutter rein. Sonst benzt er wieder, wenn er kommt. Ja, und ich, ich geh in den Stall hinaus und hol dir die Ursula zum Frühstück rein, gell? Ich pass dabei auf die Walli auf. Ja. Ja. Oh, mein. Wie soll denn ich jemals zu einem Mann kommen, wenn der Papa über so ekelhaft ist? Da lauft mir doch jeder gleich wieder bei der Dirna aus. Oh, mein. Wenn der wissert, dass der Stefan und ich. Guten Morgen, Arnie. Guten Morgen. Na, habt ihr mal einen Kaffee aufgekommen? Freilich. Sitzt sie mich her. Dankeschön. Ach, da freu ich mich jetzt drauf. Na? Sag. Wo ist denn euer Pascher? Der ist ins Gemeindekanzlein rüber. Du, der hat uns halt schon angemault, weil die Walli ja kein Weh noch nicht gekriegt hat. Ja, dann soll er halt an die Walli hinmaulen. Vielleicht geht's dann schneller. Aber mir geht's lieber überhaupt nicht in den Stall raus. Sonst bringt die Walli vielleicht nur Missgeburt auf die Welt. Gut, dass der Papa das nicht gehört hat. Ja, das soll er doch hören. Das ist doch mir Wurscht. Wenn einem irgendwas nicht passt, dann geh. Für mich gibt's überall Arbeit. Die Arschl. Das kannst du uns und der Mama nicht antun. Du weißt doch, was für ein schwerer Stand gegen ihn hat. Ja. Und du, du bist halt die Einzige, vor der er noch ein bisschen Respekt hat. Ja, der weiß schon, warum der von mir einen Prospekt hat. Hält's doch kein anderer nicht aus bei dem, bei dem, bei dem Suppenkoleriker. Aber brauch's gar Angst nicht haben. Ich bleib schon da. Das kannte ich doch dir und der Bayerin gar nicht auch da. Ja. Die hat genug auszuhalten mit dem, mit dem, mit dem Piffe. Die Arschl. Ach, ist doch wahr auch. Was sagt eigentlich dein Vater? Wegen dir und dem Stefan, weiß er das schon. Okay. Woher weißt denn du das? Ja, mein. Auch ein blindes Korn findet einmal eine Henne. Und dein Mutter, was sagten die dazu? Ja, die meint, ich soll vorerst noch nix sagen und eine Gelegenheit abwarten. Was abwarten? Eine Gelegenheit? Ha! Dass ich nicht lach. Da bist ja du ja eine alte Jungfrau. Bis die Gelegenheit kommt. Gezurren auch nicht. Der Stefan ist ein sauberer Bursch. Ja, und schließlich und endlich bist ja du volljährig, oder? Na ja, die Hauptsache ist doch, dass euch ihr zwei gern habt. Ja, du hast ja recht, Arschl. Aber schau, ich will halt nicht im Unfrieden aus dem Haus gehen. Unfrieden? Ha! Dass ich nicht lach. Hast du vielleicht jetzt einen Frieden im Haus? Oder einen von eurer Familie? So, so darfst du nicht reden, Arschl. Schau, der Papa meint das bestimmt gut. Er übertreibt halt ein bissel, ne? Ein bissel? Ha! Ein bissel, sag ich. So was Unguts als wie den, gibt's doch in der ganzen Gegend nimmer. Also. Also nein, da, da müsse da mal einer kommen. Und der müsse da so in die Gewehre reinfahren. Was? In die was? Ja, in die Pistole, oder? Du meinst in die Gewehre fahren? Ja, das mein ich doch. Hab ich doch gesagt. Na, dann wär gleich eine Ruhe. So, wär's gesehen. So glühe, da der wird. Jetzt haben wir jetzt schon ein Wunder geschenkt. Tja. Wunder geschenkt auf öfters als man denkt. Ach, schön wär's. Jetzt lass den Kopf nicht hängen. Irgendwie wird's schon rausgehen. So. Und ich geh jetzt wieder zur Bayerin. Zu der Walin, steu ihn aus. Ist schon recht. Dann führ dich dabei. Gute. Die Wurschel hat leicht renn. Lass den Kopf nicht hängen. Wie ihr wen wisstet. Oh mein. So. Bist du allein? Ja, freilich. Ja, freilich. Geh weiter. Komm, gib mir schnell ein Puzzle. Du bist narrisch geworden. Wenn der Vater reinkommt, dann gibt's eine doppelte Laich. Das macht ja auch nix. Dann braucht die Leute bloß einmal am Friedhof gehen. Ach komm, jetzt lass deine dumme Witz. Mir ist nicht zum Lachen. Wenn der Vater uns draufkommt, dann kannst du auf deinen Bauernhof zurückgehen. Und ich muss den heiraten, den mir der Vater raussacht. Also, ich weiß nicht, was du immer hast. Bis jetzt ist doch alles gut gegangen. Du, seit 22 Jahren, sind dein Vater und mein Vater zu gerückt miteinander. Also kennt er mich doch gar nicht. Und dass ich mich da als Knecht anstellen hab' lassen, das weiß er auch nicht. Und bis er das alles erfahrt, ist doch unser Bursche lang militärpflichtig, oder nicht? Ach komm, trotzdem. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Vater jemals die Einwilligung zu unserer Hochzeit gibt, oder? Kommt Zeit, kommt Rat. Aber zuerst kommt jetzt einmal ein Puzzle. Ja, was soll denn das bedeuten, ha? Nanni, den Zahn musst du unbedingt richten lassen, ja? Was für ein Zahn? Da, Bauer, schau einmal, was die Nanni für einen schlechten Zahn dahinter hat. Ja? Den muss er sich unbedingt richten lassen, den muss sofort zum Zahnarzt. Boah, Zahnarzt, nicht Zahnarzt. Bei mir gearbeitet und ich zum Zahnarzt laufen, gell? So ein Krimfutter herrinn? Ja, Bauer, ich bin fast fertig. Dann schau, dass du ganz fertig wärst. Der trifft nicht so lang rum. Ja, Bauer. Gott sei Dank ist das nochmal gut gegangen. Das ist gar niemand da. Schön war alles ausgeflogen. Nicht einmal mein Bruder, der Herr Ökonomierat ist da. Der wird doch nicht einmal was arbeiten. Hallo? 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 Ja, wo ist das? Hallo? Ja, wo ist das? Ja, Hans, grüß dich gut. Ich kann doch gar nicht sagen, wie ich bin frei, dass du da bist. Du, ein Koffer, der Mama raus, dass der Kasper nicht mehr ist. Aber du, du wolltest doch schon mal früher kommen. Na ja, meine Donnerkisten ist nicht angesprungen. Die wird halt auch schon alt. Die braucht ab und zu das gute Zureden, damit sie einen Schnaufer macht. Wo ist mein Bruderl? Der männliche Haustracher? Der. Der ist bei der Gemeinde, beim Bürgermeister. Auf die Weise haben wir wenigstens sein Gebellt nicht im Haus. Führt er sich immer noch so auf? Ach, du magst dir keinen Begriff. Das wird immer schlimmer mit ihm. Mein Gott, ich kann dir gar nicht sagen, der führt sich auf und wir. Es ist furchtbar mit ihm. Ja, ja. Unsere Mutter, die hat uns manchmal ganz schön rumgescheucht. Aber sie hat uns nie schikaniert oder ungerecht behandelt. Ja, ein Kasper, den hat schon manchmal besonders in der Mangel gehabt. Eins meint er halt, er muss das, was er früher geschluckt hat, an euch auslassen. Das heißt aber noch lange nicht, wenn er auch der Bauer ist, dass er tun und lassen kann, was er will. Vor allen Dingen hat er nicht das Recht, euch so zu behandeln. Ach, es wird immer schlimmer mit ihm. Nix kann mir ihm recht machen. Mei, und wehe, es redet ihm einer dagegen. Dann soll's noch mal sein. Dann legt er los, unser Haustier an. Ach, der Stefan, der ging am liebsten auf und davon. Und der Nanni, der geht's auch nicht besser. Soll er mal den ganzen Kram vor die Ferse schmeißen? Die bleiben doch wegen mir. Was glaubst du, was ich zum aushalten hätte, wenn die nicht mehr da wären? Bitte schön. Sag ja an Kasper Nixon, dass wir gewusst haben, dass du kommst. Nein, nein, er kann's beruhigt sein. Und wenn er mich anmutzt, ich wär schon fertig mit ihm. Meinst du? Auf dich hat er einen besonderen Hocker, weil du ein Beamter bist. Nein, ich sag das. Der fühlt sich auf mit dem Essen. Mit dem Essen ist es jedes Mal ein Theater. Mach ich Reiberdatschi, will ich einen Schwein zu braten. Mach ich Schmalznudel, will ich Dampfnudeln. Mach ich Schwammerl, will ich Pilze. Das ist doch das Seilisch. Da siehst du es mal, wie durcheinander das ich bin. Aber ich hab ganz hab die vergessen. Du wärst ja bestimmt einen Hunger haben, mein Malz. Weißt du was? Jetzt geh mein Küchen aus. Ich mach dir jetzt eine ganz gute Brotzeit. Ich hab mich so schon gefreut auf deine Kochkunst. Ja. Dann gehen wir dann weiter reden. Ja. Brautzeit! Ja. 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 Ja, was ist denn sitzen die heute auf die Ohren, he? Ja. Wer haben wir es denn, he? Brautzeit, hab ich gesagt. Ja, Schaffzeit, wo bleibst du denn so lang? Nicht zum Darm ist das. Ja. Ja. Wenn du deinen Hund sagst, gehst du im Stall draussen. Ja, wie kommst denn du da rein? Ganz einfach über den Hof. Und da bin ich rein und da bin ich auch schon. Da schon her. Aber grüß Gott kannst du schon sagen, wenn du ein bisschen Anstand hättest. Du brauchst mir Anstand nicht lernen. Was willst du denn da? Ich hab dich nicht gerufen. Das wäre bei dir auch nicht der Leben, aber das macht nix. Du weißt, dass ich als dein jüngerer Bruder das Wohnrecht auf Lebzeiten dahin habe. Ja, leider, leider. Ich kann also kommen und wohnen so oft und so lange ich mag. Auch wenn es dir nicht passt. Ja. Was pfeifst du überhaupt so ordentlich am Anand? Das hat dir für unsere Mutter nicht beigebracht. Du hast dich nicht aufmandeln, geh. Mein Brotzeit! Die bringt dir dein Hund. Nein, mein Ei, die soll es mir bringen, geh. Da schon her. Das sind ja nicht die Sitten, die du dir eingeführt hast. Du musst deine Frau jetzt schon auf den Pfiff gehen. Du, pass mal auf. In dem Haus geschieht immer noch das, was ich will, geh. Hey, der Herr im Haus bin ich. Ich bin ja nicht irgendjemand. Ich bin ja der Schnatter-Kasper-Bäck. Ja, der Kasper-Schnatter-Bäck, ne? Das hätte ich jetzt bald vergessen, dass du der Herr Tyrann von und zu Schnatter-Bäck bist. Komm, komm, komm. Lass dich nicht sprechen. Was ist denn mit meiner Brotzeit? Am besten zwickst du noch ein Monokel ins Auge und setzt den Zylinder auf. Dann gehst du über den Hof in den Stall raus, dann kriegt deine Kühe einen Lachkrampf und dein Hund macht einen Saltoverlaub der Breite. Weißt du, was du zum Späteln hast? Ja, was ist denn jetzt mit meiner Brotzeit? Die Marie hat jetzt gerade keine Zeit. Die ist gerade am Essen gekochen. Im Übrigen bin ich zur Erholung da. Du möchtest mir nicht den ganzen Tag der Gepfiffi da hoch sein. Zu was bist du da? Ja, zur Erholung. Erholung? Ha, 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 da ist ich nicht lach. Erholung. Seit wann braucht ich denn ein Beamter eine Erholung? Von was willst du denn du erholen, ha? Vom Stuhlsitz polieren oder vom Zeitung lesen, ha? Ich hab meine vorgeschriebenen Arbeit und die muss ich machen. Die nimmt mir niemand ab. Ich hab's nicht so schön, dass ich bloß Pfeifen brauch, damit die anderen meine Arbeit machen. Na ja, mit Maulweg seid ihr mich gut beieinander. Ja, Herrschaft, schau ich denn. Was ist denn mit meiner Brotzeit? Ich tät' mir's halt selber holen. Oder ist dir das auch schon zu viel Arbeit? Ach, danke, Herr. Ich hab das Gefühl, da steckst du dahinter, ha? Möchtest du mich gegen meine Familie aufbringen, ha? Aber Brüderle sagt das. Lass deine staubigen Beamtenpfoten von meiner Familie. Sonst ruck ich mich dir zusammen. Spann deine Sprüche und lass mir meine Ruhe. Ja. Sonst ruck ich mich dir zusammen. Gerade ein Bauer am Pfeifen. Jetzt meine ich, hat ihm was geheißen. Da muss ich aufpassen. Sonst bringt mir meine Brüder und meine ganze Familie durcheinander. Ja, Herr Bauer. Was denn? Ja, da bist ja. Was soll ich denn sonst sein? Ja, magst mir nicht helfen. Ja, allein schaffe ich doch das nicht. Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, die Walli, unsere Kuh. Ja? Ja, die kriegt doch ihr Baby. Seit wann kriegt denn eine Kuh ein Baby? Jetzt wird er halt, nein, ich helfe, oder, der Stefan? Das geht nicht, weil die Hanni ist beim Heu abladen und der Stefan, der fahrt ins Grünfutter rein. Was? Ja, tritt schon denn die immer noch so langweilig herum, he? Ja, was ist jetzt? Magst mir jetzt nicht helfen? Ich möchte erst mal Brotzeit machen, he? Die Kuh soll warten, bis ihr Schrazen kommt, he? Gut, gut, ich kann's ja der Walli sagen, sie soll noch warten mit ihrem Schrazen. Aber wenn was schief geht, schieb ja auch nicht mir die Schuhe rein. Ich sage dir. Was ist jetzt? Magst mir jetzt helfen? Ja, ich komm schon. Also dann. Ich möchte bloß wissen, warum ich Kinder auf die Welt gesetzt hab, wenn ich alles selber machen muss. Also das Grünfutter, das hätt mich jetzt bald geschafft. Ja, mir reicht's auch. Ich versteh überhaupt nicht, warum der Papa keinen Heiaubzug einbauen lässt. Ja, das könnt ich dir schon sagen. Wenn der Papa das Heiaubzug selber abladen müsse, dann wär der Heiaubzug schon lang eingebaut. Aber so, so hat er ja uns als Dienstboten. Grüß euch. Ja, grüß Gott. Grüß dich gut, Onkel Hans. Das ist aber schön, dass du da bist. Ich glaubst, mit dir kann man sich wenigstens unterhalten, ohne dass man anbaut wird. Du, Nani, wo ist denn eigentlich der Bauer? Ich hab ihn zuerst doch pfeifen hören. Du, der ist bestimmt mit der Urschel im Stall draußen, die Walli Keibe. Was, die Keibe schon? Ja, der muss ja helfen. Ah, nix da. Bleib nur da. Ja, wie du musst. Nein, du musst nicht. Der soll noch selber einmal was tun. Ich schade ihm gar nicht, wenn er da ein bisschen entschwitzen kann. Vielleicht geht ihm dann die Luft aus zum Pfeifen. Mei, hast du auch noch was los ist, wenn er uns da herinnerwischt? Habt ihr euch doch schon geschunden genug? Oder habt ihr vielleicht Angst vor ihm? Ja, Angst nicht gerade, aber... Schiss! Und darum geh jetzt den Küchenhaus zur Mauer. Ich kann das Gebäufe nicht mehr hören. Ist er denn wirklich so schlimm? Schlimm? Noch viel schlimmer. Was glaubst denn du, wenn der ins Sturm reinkommt und sieht da einen Stefan uns? Ja, oder gar sitzen da herin. Der explodiert. Der steigt in die Luft bis an den Decken rauf. Lass ihn doch raufsteigen. Der kommt schon wieder runter, wenn es ihm da drum zu langweilig wird. Der Doktor hat noch gesagt, wir sollen ihn nicht unnötig aufregen, weil er sowieso einen zu hohen Blutdruck hat. Der Doktor meint wohl, dass er sonst an seinem eigenen Gift erstickt. Ja, das ist gut. Wie ist es dabei? Schau doch einmal. Gut. Ach, da, schau her. Der Herr Knecht steht in der Stube umeinander und ich darf ihn mit der blöden Klo abschinken. Ach, der Knecht, als wenn er nichts zu tun hätte, steht im Stübchen, Herrin. Aber ich bin gerade reingekommen vom Heuerplan. Was? Ja, ist denn dieselbe noch nicht, Herrin? Ja, gibt's denn sowas auch? Wenn ich mich um alles kümmern würde, dann gehen Sie bei uns drunter und drüber. Wir werden schon lange pleitgewerden. Aber natürlich, wenn der Herr Bruder meine Leute von der Arbeit aufholt, dann ist der kein Wunder. Sein er froh, dass ich die nicht aufholt. Ich lass mich schon wieder aufhalten. Ich bin ja kein Beamter. Was ist denn, Nanni? Die ist gerade in die Küche raus, zu Ihrer Mutter. Was tut denn die in die Küche draußen? Ja, das bisschen Essen bringt doch die Mutter allein fertig. Du gehst jetzt in den Hof raus und tust den Wagen in die Wiesen fahren, gell? Und dann glaubst du, die Heilkobin zusammen die da so umeinander flackern. Ja, aber das hat... Nichts aber, du, was sie da geschafft haben. Ja, ich bin ja schon fort. Ja, hoffentlich. Nein. Was? Ist mit der Balli alles gut gegangen? Ja, kümmere doch du dich nicht drum. Was ich in die Hand nehme, das klappt immer. Bei mir hat alles Hand und Fuß. Was ist denn mit der Bratzeit? Also, ich geh zuerst aber auf. Du, in einer Stunde gibt's Mittagessen. Du kannst doch jetzt nicht mehr Bratzeit machen. Nein, es ist nicht zum Glauben. Ich darf mich abschicken von der Früh bis auf die Nacht. Und da kann man's mal ans Tischig hihauen. Wann gibt's noch was essen? Oder was gibt's denn zum Mittagessen? Rohrnudeln mit Vanilsauce. Wie ihr du gesagt hast. Warum? Schmalznudeln hab ich gesagt. Du hast ausdrücklich gesagt Rohrnudeln. Schmalznudeln hab ich gesagt ohne Rohr. Du weißt doch, was ich geschafft hab. Also, ich kann doch jetzt in dieser kurzen Zeit keine Schmalznudeln mehr machen. Du hast doch sonst auch so gern Rohrnudeln gegessen. Heute will ich Schmalznudeln. Aber ich weiß schon, ihr geht jetzt, was ihr wollt. Um mich kümmert sich ja keiner, ne? Aber mit mir nicht. Ich sag euch gleich. Ich geh zum Wirt hinüber. Da kann ich mir raussuchen, was mir passt. Mahlzeit. Mahlzeit. Du holst die Backen. Jetzt siehst du das, Zeugler. Denk dir nix, Marie. Irgendwas müssen wir machen, dass den Querschädel sein Schikanieren selber trifft. Du kennst doch deinen Bruder. Eben. Wallen-Kinn. Da wird mir schon was einfallen. Aua. Wo ist er denn? Bayer. Bayer, also wir brauchen jetzt unbedingt einen Fichtdoktor für die Wallen. Ja, ich kann mir nimmer helfen. Und wenn jetzt nicht bald der Fichtdoktor kommt, dann geht uns die Wallen ein. Und dann, dann geht das Geplärm vom Bauern wieder los. Soll ich den Tierarzt tun, Marie? Ja, bitte. Wenn's aber dem Papa nicht recht ist. Das macht nix. Dann zahl ich die Rechnung. Aber den Quittum präsentier ich dann meinen Herrn Brüderlein schon. Der traut sich was. Bitte, Mama. Das Essen war jetzt so weit. Mir ist der Appetit vergangen. Esst's allein. Ja, was war denn schon wieder los? Stell dir vor. Jetzt war ja Schmolznudeln. Keine Rohrnudeln. Und jetzt ist er ins Wirtshaus nüber. Nein. Ja. Okay, das schaut ja gerade so aus, als wenn er daheim nix kriegt. Mir ist doch egal, was ich koch. Der Papa braucht's doch nur sagen. Aber nicht hinterher das Gegenteil behaupten. Bloß aus Schikane. Ich richte jetzt Essen. Na, und du machst ja auch keine Rohrnudeln. Aber, Bairin, hab ich schon einmal was stehen lassen. Ich iss doch alles. Außerdem, außerdem darf jetzt sich der Bauer die Finger bis zum Ellenbogen abschlecken, dass er so eine gute Kechinusfrau hat. Ja, was soll's tun? Aha. Was, aha. Habt das Essen beim Wirt nicht geschmeckt, weil's schon wieder da bist? Der Wirt hat heute Ruhetag. Ausgerechnet, hei. Aber das werde ich auch noch ändern. Die Sklave darf's Wirt. Ja. Aber dass du's weißt, jetzt essen wir den verschmähten Rohrnudeln. Komm mir raus. Mahlzeit. Also ich möchte bloß wissen, wo der Viechdokter so lang bleibt. Ja. Was? Was? Bist du Viechdokter? Was machst du denn für Viechdokter? Ja, der Hans ist rüber und holt den Viechdokter wegen der Walli. Ja, wer hat denn das angeschafft? Ja, ich. Was? Ja, wie kommst denn du dazu, so etwas zu tun, ohne mich zu fragen? Ich hab's geraten. Jawohl. Weil uns nämlich die Walli sonst unter die Hände stirbt. Ach, Blödsinn. Was verstehst denn du davon? Kümmer dir um das Kalb, ist viel gescheiter. Gut. Gut. Und, na geht halt eine von deinen besten Kühen ein. Außer mir. Nein. Hallo, schau her. Wollt ihr? Der Herr Akronom ist auch wieder da. Lass mich mal, hör. Im Stalldraß war der Tierarzt auf dich. Wo wir raus sind, hab ich mich bestellt. Sag mal, bist du so dumm? Oder so stur? Oder beides? Das ist doch schließlich dein Viech. Ich würde eh sagen, dass das mir nicht so geht. Gut, dass du das einschißt. Hoffentlich bleibst du bei dieser Einsicht. Bayern! Bayern! Gott sei Dank. Der Viechdotter hat gesagt, das ist noch mal gut rausgegangen. Aber lang hätt's nimmer dauern dürfen. Dann wär uns nämlich die Walli gestorben. Hat er gesagt. Jetzt weiß ich nicht, wer mehr Glück gehabt hat. Der Bauer oder die Walli? Na was? So war's, meine Herr. Weiß doch nie, was am Morgen umkümmert um alles. Immer wieder umkümmert. Immer sein, dass alles in Ordnung ist. Dass alles klappt. Dahinter um den Faden. Aufstehen! Es geht's ja, Walli. So, jetzt ist aber wirklich Zeit zu essen. Mir ist der Appetit vergangen. Geht zu, Marie. Denk dir nix. Du weißt doch, einer stimmt immer. Rasenspinner. Du hast leicht reden. Aber, Bayerin, so kannst du doch nimmer weitergehen bei uns. Ich mag bald nimmer. Ja, ich auch nimmer. Das hält doch auf Dauer keine Rose nicht aus. Also, wir, wir müssten alle zusammenhalten gegen den Bauern. Jetzt hast du das gesagt. Jawohl. Zusammenhalten. Okay. Ja, das tun wir doch sowieso. Aber das hilft doch auch nix. Nein, ich meine, eine besondere Art von Zusammenhalten. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Wir müssten den Kaspar total verunsichern. Ach, geh. Der Bauer. Die Sicherheit in Person. Der tut höchstens uns verunsichern. Also, ich versteh immer noch nix, was du meinst. Jetzt pass auf. Ein Beispiel. Der Kaspar schafft den Stefan an, er soll heu einfahren. Der Stefan tut aber nix einfahren, sondern mähen. Ja, um Gottes Willen. Ja, was glaubst denn du, wie mich der Bauer zusammenputzen tät? Wenn du aber alle behauptest, dass ein Mann angeschafft hat und nicht einfahren, dass also er sich geirrt hat. Dann kriegt der Papa einen Schreikrauf. Ja, am Anfang vielleicht schon. Aber wenn sich solche Vorfälle wiederholen, dann muss er unsicher werden. Wir müssen immer anders tun, als wenn er angeschafft hat. Ohne dass natürlich auch ein Hof schadet. Ja, 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 das ist ja ganz a gute Idee. Au, hau doch auf dein Fuß drauf. Das tut ja wei, so bleib bin ich hau nicht. Aber das mach mir. Ja, das gibt eine riesen Gaudi. Trait den Stuhl um. Genauso wie er Schmalz Nudel angeschafft hat, in Wirklichkeit aber eine Ruhnudel. Hast du mich? Ja, meinst du, dass das hilft? Ja, das stimmt. Und wenn alle Strick reißen, dann lass ich meiner Schwester, der Liesl, einen Brief schreiben. Und wenn er den liest, dann geht er in die Luft und schreibt einen Mond für der Verkehrsamt. Also mir ist recht, vielleicht hilft's. Na, in Gottes Namen. Vielleicht ändert er sich ein bisserl. Ja, aber stimmt. So. Kann man vielleicht noch was zu wischen haben, hä? Wir haben aber nur Rohrnudeln. Keine Schmalznudeln. Ist mir wurscht. In der Not früchte Teufel eine Rohrnudel. Wer meint er denn mit dem Teufel? Er selber. Ja, ja. Weißt du, wo du hingehörst mit deinen Ansichten? In die Wüste? Ja. Ja. Da hast recht. Und dich nehm ich mit. Weil es steht geschrieben, wer in die Wüste geht, soll ein Kamel mitnehmen. Oh, was? Opa, 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 Opa! Wo ist denn? So. So, der Lama. Wir müssen uns schicken. Der Papa kommt gleich zum Frühstücken. Nein. Der wird schauen, wenn keine Tassen auf dem Tisch stehen. Jetzt ist die Uhr. Die Uhr müssen wir verschieben. Das darf man ja nicht. Eins, zwei, drei. So, Elf. Schö, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Frühstück, mein Frühstück fertig. Heute hast du aber lang geschlafen. Na ja. Und das ist mir gar nicht gewohnt von dir. Und wieso Frühstück? Geh, Frühstück ist doch schon längst vorbei. Was? Vorbei? Ja, warum hab ich mich da nicht aufgeweckt? Also, du hast so gut geschlafen, da wollte ich dich da nicht aufwecken. Hinterher hättest mich bloß geschimpft. Ach, Papa, ich will mein Frühstück. Geh, Papa, es ist doch elf Uhr. Was? Ja, in einer Stunde gibt's Mittagessen. Elf? Tatsäcklich elf Uhr. Um elf Uhr bin ich beim Bürgermeister bestellt. Um Gottes und was tun, da gibt's nur eins. Lauf, bringe ich. Ja, da muss ich mich erschicken. So. Also, du, ich bin ja neugierig. Was tun jetzt? Was tun jetzt? Du, wir müssen uns bloß einig sein. Ja. Man glaubt das alles. So. Jetzt schon. Jetzt, was? Ich stehe zu dir. Mei, du. Wenn der Papa kommt, mir das... Das G'schaufen Papa möchte sich mit dir auf einem Klossner Gemeindehaus stehen. Ja, du. Unrasiert und in die Volkspantoffeln. Hoffentlich begegnet ihm keiner. So, und jetzt ist der Spuck wieder vorbei. Aha. Aber für'n Papa, gell, gell, lass an, gell? Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Viel zufrieden. War der Kasper schon da? Ja. Der rennt schon auf die Gemeinde. Ich hol jetzt ja gleich einen Kaffee. Ja. Bis der Kasper kommt, müssen wir alle beiden Früchte küsse. Ja. Es wird wieder der Spass. Morgen. Morgen, Stefan. Morgen. Habts das mit Uhren verstellt gemacht? Ja, freilich, wenn wir's ausgemacht haben. Einen Bauer hab ich auch gerade rennen sehen. Der rennt ja, wenn der Teufel hinter mir war. So. Na, jetzt lass es euch schmecken. Danke, Bärin. Ja. Wittchen. So. Oh. Uh. Vorläufig haben wir uns in Ruhe. Ja. Guten Morgen. Morgen. Wo ist denn der Bauer? Hat das geklappt mit dem Zauberstickel? Freilich, Urschl. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Der Papa ist gerent wie von einem Webs gestochen. Und wenn er kommt, vom Mittagessen war nie die Rede. Und es war auch nicht euer, sondern sie mich. Ja. Ja. Oh, 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 oh. Ja, oh, oh, oh. Komm Потому, Mama. Was ist denn da los? Mich beißt man ein Affe, hm? Der Papa. Was denn? Machst nicht vor den Stücken. Was? Mama, wo kommst du denn jetzt her? Warum bist denn du so gerent? Du bist ja ganz außer Atem. Ja. Als Bauer. Was denn? Sag einmal, wo hast denn noch deine Pantoffel? Oh, oh, oh. Die muss ich gerade verloren haben, ja. Und auf der Gemeinde war zu, obwohl es doch Eifel ist, ne? Ja, du, was tust denn du in der Früh um sieben auf der Gemeinde, wenn du für Eifel beschreibt bist? Es spielt doch nicht sieben, es ist doch... Ja, hörst du auf das... Das war doch Eifel. Du hast doch selber gesagt, in einer Stunde gibt's Mittagessen. Was, ich? Ja. Also, da muss ich dich täuschen, Papa. Gewiss. Was? Ja. Na, Herrgott, ich kann schwören, dass Eifel war. Na, 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 nur keinen Main, Altbauer. Ach, die Leidchen, ich bin doch nicht mondsüchtig. Gewiss nicht, Bauer, denn um diese Zeit scheint gar kein Mond mehr. Also, Papa. Was denn? Komm, das hast du halt vergessen. Das kann doch einmal vorkommen, das macht doch. Ach, was heißt denn vergessen? Hoffentlich hat mich niemand gesehen. Ja, das stimmt nicht, weil so schnell wie es du gerennt bist, können die Leute gar nicht schauen. Also, ich bin fertig. Ich geh an meine Arbeit, das du mir gestern geschafft hast. Was? Und ich geh auch wieder in den Stall raus, gell? Ja. Ähm. Was denn? Was denn? Bauer? Ja, was möchtest du denn? Bauer, soll ich unterwegs bleiben, denn ich kann Teufelchen suchen? Was? Was? Ich geb die Dame schworren. Wer hat doch niemand wissen, dass die mir gehören. Was? Und ich helfe dem Stefan. Ich schock mir gar nichts, wenn ihr ein bisserl an die Luft kommt. Und Kaspar? Nein. Denkt ihr nichts? Denkt ihr nichts? Ah, jeder kann sich einmal irren, gell? Jesus, ich muss ja die Wäsche aufhängen. Ja, die Wäsche aufhängen. Warte mal. Ich werd doch nicht krank sein. Aber mit dir ruck ich auch noch nicht zusammen, das weiss ich nicht. Mama! Mama, schau! Was? Ist ja nicht fesch. Da werden wir bei dir. Papa gar nicht mehr kennen? Nein. Du, wann ist denn der gekommen? Ja, grad hat ihn jemand vom Trachtengeschäft gebracht. Die Änderungen vom Papa seine Figur haben's gemacht. Mein Gott, das war ja eine Riesenidee, dass der Hans den, den Anzug gekauft hat. Wie oft hab ich am Papa hingekriegt. Er möcht sich endlich einen neuen kaufen. Seit 20 Jahren rennt er in dem alten Klump rum. Ja, mein, der Papa lässt sich heut nix einreden. Je mehr man ihm so was zurecht, desto bockbeiniger werd er. Ja. Ich hab mich jeden Sonntag, hab er mich so geniert, wenn er mit dem alten Zeug da in den Kirch gegangen ist. Wenn wir einmal schlucken werden, der hätt er mir's eingehen lassen. Du, aber meinst, dass er das klappt, dass er den selber gekauft hat? Es wird nicht einfacher werden, dass er das schluckt. Ja. Das muss er schlucken. Das muss er. Das muss er. Ah, nix. Ah, da schau, Herr Papa. Was denn? Dein neuer Anzug ist da. Was? Ja, alle Änderungen, die du angeschafft hast, sind gemacht. Was hast du denn neuer Anzug? Ich hab mir doch keinen Anzug nicht gekauft. Ja, wer hätt denn den sonst gekauft? Hä? Du warst doch vorige Woche mit dem Hans in der Stadt und hast da im Trachtengeschäft den Anzug gekauft. Ja, was rennst du denn für einen Blödsinn? Ich war seit einem halben Jahr nicht mehr in der Stadt. Also, Alter. Jetzt sag ich mal, jetzt hast du das auch wieder vergessen. Hä? Mei, Papa. Und wir haben uns schon so gefreut, dass wir uns jetzt nimmer Schammer brauchen, wenn wir mit dir am Sonntag in die Kirche gehen. So war ein Schammer, dass dir ein Schamzwiegel mir, mein alter Anzug, der ist noch lang getan. Also, du hast selber gesagt, du wolltest in dem alten Grund nicht mehr rumlaufen. Ja, das hast du gesagt. Ja. Ach, da kannst du dich halt nicht mehr erinnern dran. Aber das macht nichts, Papa. Ich tue dir jetzt den Anzug in die Schlafkammer rauf. Schlafkammer? Ja. Und da tust du ihn dann probieren, gell? Ja, Papa. Ja, ich komm auch mit dem Ostron noch sauber machen. Wann? Jetzt weiß ich nicht mehr, bin ich ein Mandel oder ein Weiberl? Ich kauf mir doch keinen neuen Anzug. Mein alter Anzug, der ist ja noch lang. Ja, ich spiel ihn doch nicht, he? Und Gottes Willen, mich wird doch nicht ein Schlager gestreift haben, he? Warum? Mein Lieber, das war vielleicht eine Schinterei. Was? Ich hätt den Stefan nie geschafft allein. Geh. Gras einfahren, das schafft er nicht allein. So was haben wir noch nie zu zweit gemacht, oder? Sag einmal, Bauer, wer red denn vom Gras einfahren? Da war doch gestern gar nicht die Rede davon. Ja. Was? Du hast doch zum Stefan gesagt, er soll das geschlange Holz vom Wald runterfahren haben. Hä? Und? Weil ich das allein nie geschafft hätt, hat mir dein Bruder geholfen. Was? Kleine Blöse. Was hätt ich mit dem Holz auf meinem Hof da? Sag einmal, ich weiß das auch nicht mehr. Hä? Aber sei froh, dass du es angeschafft hast. Im Sägewerk, da nehmen sie das Holz jetzt noch. Jetzt kriegst du noch was dafür. Die Preise sind noch am Fallen. Nächstes Jahr hättest du es vielleicht als Brennholz ja nicht mehr können. Ich hab mich selber schon gewundert, dass du so eine gute Idee hast. Ja, sowas hab ich doch nie entschieden. Also, gell, wenn sie für die Familie tyrannisieren willst, dann ist das das auch. Aber mir lässt du auch so spiel. Meinst du, ich hab mich zur Gaudi da mit dem Holz abgeschunden. Ich hab das ja nicht angeschafft. Ja, mir nicht. Aber dann Stefan. Also, langsam hab ich das Gefühl, dass mit dem Hirnkast irgendwas nicht stimmt. Hä? Du, Bauer. Ja? Soll ich jetzt das Holz wieder rauffahren im Wald? Hä? Und ich mach auch immer mit bei dem Blödsinn. Mach doch was du willst von mir. Bauer, wir machen das, was uns du angeschafft. Ich hab das nie angeschafft. Sag ich mal, war ich mit dir in der Stadt drin und hab mir einen Anzug gekauft. Freilich. Boah, was? Vorige Woche haben wir zwei in der Stadt. Gott sei Dank, weil der Alter hat sowieso schon so ausgeschaut. Ist der vom Ende dann schon da? Da weiß ich ja gar nichts davon. Also jetzt mein ich, jetzt mein ich, reicht's aber dann schön langsam mit dir. Oh. Oh, Herr verrückter, verrückter! Aber verrückter! Applaus Du, jetzt glaub ich, kommt unser lieber Herr Bauer schön langsam ins Schleudern. Der Tyrann von Schnatterbeck kommt langsam ins Breckling. Das Pfeifen hat er auch schon eingestellt. Ich mähe aber jetzt trotzdem die obere Wiese. Es wird wirklich Zeit dafür. Ist schon ein Post gekommen von meiner Schwester, wie wir es ausgemacht haben? Nein, ich glaube nicht. Einen Postbot habe ich noch nicht gesehen heute. Na, warte nur, Brüderl. Wir bringen dir schon noch einen Benin bei. Ach, Onkel Hans. Seid ihr mit dem Holzabefahren schon fertig? Ja, aber ganz geheuer war das ein Kaspar, nicht? Jetzt probiert er gerade seinen Anzug. Endlich habe ich ihn soweit. Aber zu ihm haben wir ja müssen, wie ein kranken Gaul. Brummt hat er wie ein alter Bär. Gewundert hat er sich, dass ihm der Anzug so gut passt. Jetzt glaubt er selber, dass er in der Stadt drin war. So ist es richtig. Oh, mein Onkel Hans. Aber das härteste Stück steht uns noch bevor. Du meinst, wir haben ja an deinen Hochzeiten offeriert. Ich habe mit dem alten Hauserbauern schon geredet. Ja? Er ist begeistert von dem Plan, den wir uns ausgedacht haben. Er hat gemeint, so eine liebe und fesche Bäuerin. Das war seine größte Freude. Und die alte Hauserin hat fast zwei noch angefangen, verlauter Freude. Oh, mei. Ich habe den Hauservater auch sehr gern. Das ist nicht so ein alter Beuterer wie unser Papa. Bei den Hausers, da ist es richtig friedlich. Das wird es bei uns schon auch noch. Wart es noch ab. Ich weiß gar nicht, was der Vater gegen den Hauser hat. Hat ihm der mal was getan? Ja, da war einmal was wegen einer Grenzsteinversetzung. Aber da warst du noch ganz ein kleines Wutzerl. Hacke, so lange ist das schon her. Ja, der Vater meint, dass der Hauser den Grenzstein zu seinen Gunsten versetzt hat. Das hat aber nicht gestimmt. Es hat sich herausgestellt, dass einer von den zwei Bauern mit dem Traktor hängen geblieben ist, ohne dass er es gemerkt hat. Aber der Vater meint unbedingt, dass das der Hauser war. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Spuren von dem Grenzstein am Eierentraktor waren. Ja, na also, zu was denn dann die Feindschaft? Ja, weil er es einfach nicht zugeben will. Bis heute nicht. Sag gar nichts zu dem Vater davon. Da wird ein Fuchsteif ins Wald und geht gleich wieder in den Tee. Oh, mei. Ich seh schon. Das wird nie was mit dem Stefan und mir. Nein, warte es noch ab. Man muss das bloß richtig anfangen. Kannst du dich ganz auf mich verlassen. Oh, mei, Onkel Hans. Die will ich nicht hält. Aber jetzt muss ich wirklich die Wäsche aufhängen. Wie man noch so stur sein kann. Obwohl er weiß, dass ihm Unrecht ist. Soll doch froh sein, dass er seine Tochter so einen tüchtigen Bauern kriegt. Oh, schau her. Gut schaut's das. Fest bist beinahnd. Wirkst um zehn Jahre jünger. Nein, mit kein Blödsinn. Sag mal, was hat denn der Anzug gekostet? Du hast mir doch selber gezahlt. Weißt du das auch nicht? Ja, das schon. Ja, ja, das weiß ich schon. Aber wie viel weiß ich momentan nicht. Das ist das Miet. Das geht mir nicht mehr in den Kopf. Ich weiß es nicht. Weißt nicht mehr, wie viel? Nein. 480 Mark. Was? Wie, um gar nichts willen. Mein alter Anzug hältst du noch lange da. Ja, da hat er bloß hinten Sehmerl schon ausgeschaut. Sonst war er noch nicht gut. Ja, Kasper. Was denn? Ja, gut, schau'st aus. Also, ich hab gar nicht mehr gewusst, dass ich so einen feschen Mann hab. Also, schaust du um zehn Jahre jünger aus. Ja, das hat mir der Herr schon gesagt. Jetzt macht's nicht so ein Mietten. Ich komm mir vor wie ein Schaufensterbubben. Also, das musst du doch selber zurückgeben, dass dir der Anzug fällt, oder nicht? Also, mein alter Anzug... Ja, den schenkst du dem Motten. Dann haben die auch eine Freude. So, also mein Papa, mach ich heute seine Leibspeise. Tja? Kässpatzen! Die hat er noch nie ein Mengen. Ich möchte aber... Kässpatzen, du, heutzte Bappen! Ich möchte aber... Kässpatzen, das wisst mich jetzt schon. So, Papa. Also, das mit dem Traktor ist alles in Ordnung, gell? Bloß Bremsen haben sie ein bisschen nachsteigen müssen. Aber sonst waren sie sehr zufrieden beim TÜV. Was? Ja, Bauer! Was? Was denn? Ja, verrückt! Was? Hörst du'n Kurt! Baseuh stakedeleured! Gut, Gita, 부�rrr! O joining up novel VikumleHiiger Union! ano GOe You Merit! Vest aspects CD-S chou21 chou21 hisey hydr! 빠�er eyow Yeahie, tu schau' ist daur! Und um 10 Jahre hüller! Das weiß ich jetzt schon! Nagelочки Herr WilINE, schau' 21 Axi Nagel Moor undのでikt! Immermiş' mir des angeschafft dass du den Traktor zum TÜV baden sollst! Ich hab' ja auch schon gewundert, dass du mich zerst mit 2 Traktor zur Enspektion in Werkstatt g'schickt hasst und dann zum TÜV hinweg schon! wo er doch erst in einem halben Jahr fällig ist. So ein Blödsinn! Ja, ich spinn doch nicht! Bist du dir das sicher? Ach was, jetzt hab ich doch nie angeschaut! Also, Bauer, willst du mich jetzt zum Narren halten? Letzten Montag hast du gesagt zum Stefan, der Traktor muss zum TÜV. Ja, der Stefan kann ja nicht, weil doch der das Heu abbladet. Aber ich bin halt jetzt gefahren zum TÜV. Na ja, das stimmt schon, was die Urschel sagt. Aber sei froh, dass du das so geschafft hast. Hast du ja gehört, die Bremsen waren nicht mehr in Ordnung. Die Bremsen? Ja, vielleicht hätte da ein Unglück passieren können. Unglück? Ja, da hast recht, ja. Ja, jetzt kann ich mich wieder ein bissl erinnern. Ja, ja, ja. Geilbauer, jetzt kannst du dich schon wieder erinnern! Ja, ja, Frau Leska, kann ich mich wieder erinnern. Ja, ja, ja. Na also, was regst du dich dann immer gleich so auf? Ja, ja, ich hab mich bloß, ich weiß bloß einen Moment, ich geh jetzt zum Bürgermeister lieber in die Gemeinde, gell? Hoffentlich kennt ihr den in deinem neuen Anzug. Ja, ne, weißt du, was du am Spätl hast? Ja, was geht denn? Aber jetzt wär ich doch bald ins Schwitzen gekommen. Hätt ich's bald mit der Angst haben gekriegt, dass er mir das nicht glaubt, wegen dem Traktor. Dem ist schon gar nichts anderes übergeblieben. Vor 14 Tagen wärst du nicht so glimpflich davongekommen, gell? Ja, da hast du schon recht. Da wird schon noch mehr erklären müssen. Wo ist denn der Papa? Der ist grad in die Gemeinde über so einen neuen Anzug vorführen. Ja, weißt du, ist mit dem Tief alles in Ordnung gegangen? Frei, die Bauerin, alles ist in Ordnung. Obwohl, zuerst wollten sie mich ja gar nicht drohen nehmen. Nein, aber, aber ich hab gesagt, unser Bauer hat gesagt, der Traktor hat farbtechnische Mängel. Farbtechnische Mängel? Ja, wegen den einer Buchstaben. Ja, aber, aber, aber sie haben mich dann doch gedreht genommen. Allerdings haben sie schon so sehr gewundert, weil ja außer die Bremsen alles in Ordnung gewesen ist. Der Kasper hat auch ganz schön geschluckt. Und? Er hat was zugegeben, was er nie angeschafft hat. Das ist doch auch schon ein Fortschritt, oder? Auf die Weise kriegen wir alles nach und nach Gericht, was so fehlt bei uns. Also, die Brems, die waren ja wirklich unter aller Sau. Ich hab jedes Mal Todesängste ausgestanden, wenn der Chef am Traktor unterwegs war. Ja, und das Stammholz haben wir auch angebracht, bevor es verfault. Und ihr werdet sie sehen, ich krieg den Bauer noch so weit, dass er uns für das Heu einen Aufzug einbauen lässt. Ja, ja, weil umso mehr er schwitzen muss, desto eher grün mir unseren Aufzug. Ja, schon, aber wenn du gar endlich die Tante Liesl schreiben würdest, das wär halt gut. Hoffentlich hat sie es sich nicht anders überlegt. Nein, nein. Auf die Lieslisverlass. Die weiß, wie der Kasper mit euch umschritt. Die freut sich schon, dass sie uns auswischen kann. Aha. Dann bin ich aber schon froh. Also, eins sag gleich, lang mach ich das nimmer mit. Der Bauer kommt auch gleich. Ich hab grad gesehen. Was? Ich hab schon. Dann wird's Zeit für unsere Mäuse ja. Ja, das ist die Mäuse ja. Ja, die Mäuse ja. Ja, die Mäuse ja. Gut, dass wir alle da sind, dann ist das eindrucksvoller. Wollt ihr das ganze Zeugum ausgemacht haben? Jetzt weiter. Kinder schon. Der Bauer kommt. Alles auf seine Plätze. Es geht los. Puh, 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 Puh! Puh, 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 Puh! Gassja. Ja wo seid's denn, es Mistviechn shaking? Ich hatt euch noch so versождения. Wir finden euch nach, gell? Jetzt geht es euch an den Kragen. Kussle, hast du eine? Nein, aber das Kronknöpferl habe ich gefunden vom Bauern sein Hemd. Ruhig und nicht so hastig. Ihr verscheift mir ja die Viecher. Geht's ruhig, Kasper, du bist im Weg. Darf ich mal fragen, was du dir gemacht? Frag nicht lang und mach die Tür zu, sonst reden die Viecher im ganzen Haus rum. Was denn für Viecher? Ich bebeiß meiste, die du gesehen hast. Ja, wir kommen den die weißen Mais in mein Haus rein. Die haben sofort das Haus zu verlassen. Sag, aber möchtest du uns da zum Narren halten? Du meinst, wir rutschen da zur Gaudi auf die Knie rum. Du hast doch gestern angeschafft, wir sollen schauen, dass die Viecher aus dem Haus kommen. Ich hab noch nie... ...weiße Mais gesehen. Ja? Kannst du dich da nimmer erinnern? Ja, Bauer! Ja, glaubst denn du, dass wir doch hier den Schwammerl suchen? Ich bin ja so ganz kreuzlarm. Ja, habt ihr keine weißen Mais gesehen? Also, im Stadl draus schon, aber die waren nur grau. Jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus. Ich soll euch angeschafft haben. Dass wir die Viecher aus dem Haus schaffen sollen. Aber wenn's dich nicht täuscht hast, dann hören wir halt wieder auf. Vielleicht hab ich mich wirklich getäuscht. Also, okay. Das hätt's dir aber auch früher einfallen lassen können. Ja. Glaubst du, du, wir haben nix anders getan? Ja, dann hört's euch da auf, ne? Ja, dann hört's euch da auf, ne? Ich geh jetzt in meine Kammerl und schütt mich um. Der Bürgermeister da ganz komisch schocktet man dir auf Hochzeichen. Wann gibt's ihm was zu essen? Ja, also, so schnell nicht. Weil wir waren ja mit Mäusesuchen so lang beschäftigt. Na gut, wenn die Mäuse fertig ist... Hä? Wenn das Essen fertig ist, dann schreit's mir. Ich bin ja... 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 Sag mal, meinst du, dass er ihm das nicht zu viel wird, he? Ja, wieso denn? Ja, er hat doch uns auch nicht gefragt, ob er im Seidige Plärb uns zu viel wird. Ja. Ich hab's schon noch... Ich schau jetzt den Motor vom Mäher noch. Der stottert schon wieder so komisch. Ja, und ich schau noch die Kasspatzen. Er muss ja nicht auch noch hungern. Also. Du, jetzt krieg ich schon langsam mit der Angst zu tun. Hoffentlich schnappt er uns nicht über. Ein bisschen muss er noch herhalten. Dann darf er sich wieder erholen. Mama. Aber bloß ein bisschen. Der Bräer von der Tante Liesl ist gekommen. Du, und gleich auf die Waffe. Du, bist du recht. Du, wenn er aber jetzt Liesl anruft und sagt, er weiß davon nichts, was ist dann? Die Liesl sagt ihm das Gleiche, wie er mir gesagt hat. Ihr müsst euch nur richtig freuen über den angeblichen Entschluss. Dann kann er gar nicht mehr zurück. Ja, aber was glaubst du, werden wir uns freuen? Ja, ist denn, ist denn die Liesl Nadeschwan, ist denn die besoffen? Ich tät euch in Erholung schicken, ihr müsst Urlaub machen, so wie er sich hat Zimmer hergekriegt. Ja, was, was, was red denn die für einen Schmarrn? Was schreibt denn die da? Was, was, Papa? Was denn? Du schickst uns in Urlaub. Was? Ja, sag einmal, das gibt's doch nicht. Wir bist denn auf den Gedanken gekommen, dass wir Erholung brauchen. Und Zimmer hast du auch noch gestellt. Erholung, Urlaub machen, wo gibt's denn sowas? Geh Kasper, jetzt tu doch nicht so, als wenn's nix mehr wissen. Was, wenn nix mehr wissen? Ich hab doch mit der Liesl schon über ein Jahr nicht mehr gesprochen, oder? Kasper, du hast doch vor zehn Tagen mit der Liesl telefoniert und hast gefragt, ob sie da Zimmer frei hätt, damit die Nanni und die Mari Urlaub machen können. Hä? Was? Das hast du da? Mei, du bist ja mein allergültigster Papi. Mei, du bist so lieb und nett. Ich hab mir Urlaub machen, wo wir das ganze Jahr so werkeln müssen. Habt ihr gehabt, ha? Wer soll denn die ganze Arbeit auf dem Hof da machen? Ja, das hast du doch schon überlegt, wie du telefoniert hast. Ich? Ich wär wahnsinnig, ich wär verrückt. Ich komm doch niemals auf seinen blöden Gedanken. Ja, so blöd find ich den Gedanken gar nicht. Und außerdem ist ja die Urschel und ich auch noch da. Ich hab ja noch so lang Urlaub, bis die zwei wieder zurück sind. Die Urschel macht dann Steu und die Küche. Und wir drei, der Stefan, du und ich, wir werden mit dem Bisserl heu schon fertig. Oder traust du dir die Arbeit nimmer zu? Was sollst du nicht zutrauen? Ich geb mir noch fünf Ladungen vor. Na, also, da kann ja gar nix mehr schief gehen. Ich hab mich auch schon so gefreut, dass du so viel Einsicht hast und die zwei in Urlaub schickst. Hm. Aber, äh, was? Ja, was? Also, Papa, sag einmal, wer kommst du auf die Idee? Ja. Aber die Leute werden sagen, dass du ein ganz moderner Bauer bist, der mit der Zeit geht. Jawohl. Werden sagen. Oder, oder dürfen wir jetzt vielleicht nicht fahren, Papa? Ach was? Ich bin doch ein Unmensch. Was ich gesagt habe, hab ich gesagt. Ich weiß es bloß nicht mehr. Und wann schreibt die Tante Liesl, dass wir kommen dürfen? Wann? Sofort, weil die Zimmer jetzt frei sind. Was, sofort? Ja. Du, sofort gehen wir nach Hause, packen wir den Koffer, dass wir heute noch fahren können. Also, Papa, du bist doch der Liebste. Der Fischte. Ja. Der Brass. Ja. Mensch, hab dir ganz... Ja, Mann. Ja, Mann. Was ist denn mit dem Essen? Ja, das ist all schon hergericht. Die Urschel macht sie dann schon. Na, das ist doch was Schönes, wenn man andere Leute eine Freude machen kann, oder nicht? Ja, das schon, aber... Was aber? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Meinst du, dass ich krank bin? Kaspar, du bist kerngesund. Ich bin kerngesund. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich mit der Liesl telefoniert hab, weil ich hab doch keinen Bäcker. Kaspar, ich war doch selber dabei, wie du telefoniert hast. Und sogar du hast den Vorschlag gemacht. Ich? Ja. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Du, Bauer. Ja? Ich wollt' dir nur sagen, dass der Motor vom Meer wieder lacht wie der Gleckerl. Also, für dein Gott. Servus, Stefan. Ja, für die Gott, Gleckerl. Stefan. Hm. Meinst du, dass wir drei die Arbeit allein schaffen? Wieso drei? Ja, du, der Stefan und ich. Der Stefan fahrt er heim. Was fahrt er heim? Ja, spinnt du denn, der kann nicht heim fahren. Warum fahrt er heim? Der kann doch nicht alleine mit der Arbeit. da sitzen lassen. Der will doch mit seinem Vater reden, damit sich der mit dir wieder aussöhnt. Stefan, sein Vater? Mit mir aussöhnt? Spinnt denn? Den kenne ich gar nicht. Kaspar. Was? Mit wem bist denn du seit 22 Jahren verfeindet? Ach, was? Das weißt du selber. Ich hab nur einen einzigen Todwein, und das ist der Hauser-Aluis. Also. Also. Ja. Und das ist ein Stefan, sein Vater. Ja. Was? Und das erfahr ich erst jetzt? Ja, den schmeiß ich ja sofort, naufs. Ich brauch's nimmer, der ist schon fort. Was? Ja, sag mal, meinst du, dass dann wir zwei allein die Arbeit schaffen können? Ja, bestimmt. Du musst halt auch ein bisserl hingelangen, nicht immer die anderen schuften lassen. Was denn? Ich bin da kein Tyrann, oder? Jetzt nimmer. Nee. Die Bauer. Was? Die Bäuerin hat gesagt, ich soll dann das Essen auftragen. Ja. Ist dir recht, weil dann, dann bring ich die Käse-Spatzen. Ja, ich wollt nicht. Käse-Spatzen. Bring's nur, Arschl. Ja, bring's nur, Arschl. Käse-Spatzen waren immer schon meine Lieblingsspeise. Ja? Ja. Und nach dem Essen, da fahr ich dann den Koffer von der Mary und von der Nanny zum Bahnhof. Ja. Stimmt jetzt das wirklich? Dürfen die zwei ganz allein in Urlaub fahren? Ja. Nein. Naja, nein. Na sind ja mir drei ganz allein. Ja. Ach, das gibt eine Gaudi. So. Und ich tue vor dem Essen noch den Koffer ins Auto neu. Ja. Damit's ja noch ein bisserl zügiger geht. Ja. Also nachher. Ja. Ja. Lieber Gott im Himmel. Bitte lass mich nicht deppert werden. Wenn ein Bauer seine Leute während der Ernte in Urlaub schickt, der muss total verblödet sein. Jetzt reicht's mir dann. Alles muss ich selber machen. Und den ganzen Haushalt muss ich mich kümmern. Die Kühe muss ich melken. Den Stall muss ich ausmisten. Die Sei muss ich auf Futter geben. Die zweibeinigen Riebfieger, für die muss ich auch noch das Essen kochen. Da schau her, die Borschau. Immer fleißig bei der Arbeit. Ja. Das Heu hab ich jetzt runtergefahren. Gut. Jetzt ist der Bauer dran. Na meine, hat er bis Mittag was getan? Ha ha ha. Da wird er ganz schön ins Schwitzen kommen, glaube ich. Das ist nur leicht zu. Du weißt was da, da riecht er ihm dann eine reichhaltige Brotzeit her. Das tust dich unbrauchen. Was gibt's denn? Was gibt's? Ja. Tja, ein Magerkäse und eine Scheibe Brot. Voll da lässt es grad nicht. Und zum Trinken? Zum Trinken? Da gibt's ein Bier und eine Milch. Weil das ist gesund. Miteinander? Aber ich darf's gleich einen Weg zum Häusel freimachen. Ach. Äh, dass ich's nicht vergiss. Wenn der Stefan kommt, so wie wir's ausgemacht haben, dann sag's mir's. Dann möchte ich dabei sein. Du kommst dir halt wirklich zum Vorstehen als Hochzeiter. Das wär doch das letzte Stückchen, das der Bauer schlucken muss, bevor die Mare und die Mani wieder zurückkommen. Da meine, ich werde dann ganz aus dem Gewand springen. Dann platzt die Feindschaft mit dem Häusel und es wird ein Seifenblasen. Jetzt richte ich ihm schnell die Brotzeit her, dass er mir nicht verhungert. Die Reichhaltung. Das Heu fahr ich nach der Brotzeit rein, gell. Sag ich mal, ist schon alles erinnert, da fahrst du noch mal hinaus? Nein, nein, ich muss schon noch mal fahren. Was? Mindestens noch mal so ein Fuhr. Oh, wird denn das Heu überhaupt nicht weniger, hä? Sei froh, dass du so viel hast. Oh, ich spür mal gerade so bald nimmer. Ui, 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 ui. So, Bauer. Ja. Jetzt schau her. Was? Jetzt du noch richtig dich satt isst, gell? Was soll denn das sein? Ein Magerkäse. Ja, so schaut er auch aus. Den darfst du mal ein bisschen herfuttern, dass er dicker wird. Ja. Aber gesund. Wer sagt denn das? Die Urschl. Unsere Reserveköchin. Ja. Hey, ich weiß, ich kümm mich nimmer aus. Das hat mich, weißt du, wo mein Zahnbürstl ist? Das Fitte steht ja bald Tag nimmer. Ja, aber natürlich. Ja, Bauer, das liegt doch in deiner Kammer hinten bei die Blumentöpfe. Was tut denn mein Zahnbürstl bei die Blumentöpfe? Ja, das weiß doch ich nicht. Vielleicht wolltest du mit dem Blumenwasser gurgeln. Ach, Bauer. Bei uns geht alles drunter und drüber. Meine Taschenuhr, die Fitte, seit acht Tag nimmer. Ja, warum fragst du mich denn das nicht gleich? Warum? Das hätte der Gleis sagen können, wo die ist. Ja, wo ist denn? Ja, im Kurstall draußen hängt's. Meine Taschenuhr. Ja, ich hab ja mich auch schon gewundert, warum du die im Kurstall raushängst. Die Kühe können doch gar keine Uhr nicht lesen. Die wissen auch so, wann's Zeit ist zum Fressen. Irgendwas stimmt nimmer bei mir. Das wird jetzt langsam bedenklich, wenn du dich doch an die einfachsten Sachen nimmer erinnern kannst. Ja, heut früher hab ich mit einem Doktor telefoniert. Der soll mir herkommen und soll mich untersuchen, dass ich weiß, was mit mir los ist. Wenn er kommt, sagt ich, mit meinem Haar einbauen. Ist schon recht. Ach, Bauer, soll ich dir dein Brot heute einbacken? Ja, lass mal. Was gibt's denn heute Mittag zum Essen? Ganz was Gutes. Ja? Sauerkraut mit Gnädel. Schon wieder? Kannst du denn mal Gnädel mit Sauerkraut machen? Das wär aber ja auch nicht. Also, ich mein allerweil, dem Bauern schmeckt meine Brotzeit nicht. Er ist halt ein bisserl verwöhnt. Aber er ist schon genügsamer worden. Ja. Ja, also ab und zu, da muckt er noch ein bisserl auf. Aber das sind die letzten Zuckungen. Ja, herein. Grüß euch gut. Ja, Stefan. Ist der Bauer nicht da? Nein, der ist beim Heu abladen. Nein. Ja, seit wann arbeiten die einmal was? Seitdem er Strohmittel ist, bleibt ihm gar nichts anderes über. Ich wollte mit ihm reden, so wie wir es ausgemacht haben. Oder habt ihr es euch anders überlegt? Nein, nein, das bleibt schon dabei. Und du meinst wirklich, dass er das so einfach schluckt. Der hat sich an Schlucken schon gewöhnt. Aber ich mein, dass der jetzt noch bisserl zufried ab ist. Ach so. Er hat einen Doktor bestellt. Was? Ist er krank? Ja, woher? Ich mein, dass er einen Knopf im Hirn hat, weil er sich an so vieles nimmer erinnern kann. Drum ist es besser, wenn du ihm unser Stickerl erst nachher aufspielst. Ja, ist schon recht. Wann kommt denn der auch nicht zurück? Heut kommen sie alle zwei zurück. Gott sei Dank. Ja, das sag ich auch. 14 Tage Abstinenzleben. Das hätte ich nicht mehr lange ausgehalten. Du kannst das dann alles nachholen. Sogar mit dem Segen vom Bauern. Ja. Und das ist das, wo ich immer noch nicht glaub, dass uns der seinen Segen gibt. Der schmeißt uns höchstens den Segen nur nach. Ach, du kennst unseren Bauern nicht mehr. Der ist zahm worden wie ein Lamperl. Ja, hoffentlich. Na, ich geh zum Unterwirt rüber. Und du gibst mir dann ein Zeichen mit einem Tüchel, dass ich weiß, wann ich kommen kann. Ja, ich wink dir dann beim Fenster. Ja, genau. Du machst dir ein bisschen eine gute Bratzeit. Ja, eine gute? Ja. Aha. Was ist denn das? Ein Magerkäse. Armseliger geht's wohl nimmer bei euch, he? Naja, ich geh jetzt trotzdem zum Wirt und trink mir einen Mut an. Ja, halt aber zurück, gell. Ein Besuch von Hochzeitenvertrag der Kaspar bestimmt nicht. Nur keine Angst. Ich halt mich schon zurück, sonst läuft nix runter. Also, pfiat euch. Pfiat dich? Oh, halt, Stefan! Ja? Geh mit mir durch Küchenhaus, sonst laufst nämlich einem Bauern direkt in den Tent. Das brauch' man nicht, gell. Aha, das nächste Stück, gell. Na, na, na. Na! Na? Was? Geht's dir jetzt besser? Na. Irgendwas stimmt nimmer bei mir da drum. Ja, mit dem Alter, da lässt halt das Gedächtnis ein bisserl noch. Hä? Vielleicht hast du auch Durchblutungsstörungen im Hirn. Ja. Ist das gefährlich? Unter Umständen schon. Ja. Besonders, wenn du deinen Zorn in einen anderen auslässt oder in die reinfrisst, da steigt dann der Blutdruck rauf und schon hast du das schönste Schlagern. Aber? Aber ich hab gesagt, der Herr noch Tabletten. Ja? Die nimmst du dann schön ein, dann wird's schon besser werden. Wenn immer noch Gedächtnislücken auftreten, dann muss ich zu einem Psychiater. Was? Zu einem Klaubsdoktor? Oh Gott, das will. Ja, lieber kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Die Tabletten werden schon helfen. Aber du musst auch mit helfen. Ja, wie denn? Tja, ganz einfach. Nicht wie an jedem Trecker herumblehren. Die Familie nicht immer anschnauzen. Ruhig bleiben. Schi ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Und nicht blären, dass man die gleich ins ganze Dorf hört. Ja, wenn man mich aber immer ärgert. Kein Mensch ärgert dich. Sei froh, dass du eine tüchtige Frau und Tochter hast. Ja, ja. Ich hab sowieso schon gewundert, dass die nicht schon lange ausgewandert sind. Mei, was sollen sie denn hinwanderen? Mei, Alter, ist so schlecht auf die Füße. Aber man wird dann noch was sagen dürfen, oder? Ja, sagen schon. Aber in einem anderen Ton. Also wenn ich diesbezüglich wieder was höre, Ja. Dann kommst du in meine Glapsmühle. Mach kein Schmarrn. Wenn du dich wieder aufführst, als wäre ein größenwahnsinniger Terrain, Ja. Dann bleibt dir gar nichts ansonsten überdacht. Dann nützt sich dein ganzes Blähen nichts mehr. Nein, nein, um Gottes willen. Ich bin ja schon froh, wenn die Meinigen aus dem Urlaub wieder zurückkommen. Na, also. Ja. Dann ist ja alles recht. Alles recht. Weil sonst, Weiß. Seh ich schwarz für dich. Mach kein Schmarrn. Na, tu schi ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ja. Ja. Und sie sind in die Zerplähter. Dann allein nimm, okay? Zerplähter. Zerplähter. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Zerplähter. Nimm. Nein. Ja. 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 Ich bin ja. Ich bin ja. Was machst du denn da? Die siegst doch, fliehen gefangen. Wir haben doch keine Fliegen im Haus, sieh doch auf. Bist du da sicher, Bauer? Natürlich, lass doch die lieben Fliegerl fliegen. Du bist es schon gewohnt vom Stall und mit Sternsnächte fliegerl, fliegerl. Aber Bauer, Bauer, jetzt sind überhaupt gar keine Fliegen mehr da, sind alle schon weg. Da siegst du es einmal, was die für einen Prospekt vor mir haben. Das kann sich ein Schmarrn. Aber natürlich, ach, da hast ja du überhaupt keine Ahnung von einer Haustierhaltung. Wenn ich an die Glapsmühle denke, um Gottes Willen, dann brauche ich einen Schnaps. Jawohl. Einen Schnaps brauche ich da. So, da, da. Ja. Heut habe ich wieder meinen ruhigsten Tag. Ach, doppelt, doppelt genäht hält besser. Herr Renn. Grüß Gott, Bauer. Was? Hoffentlich störe ich dich nicht. Ah, der Herr Sohn von meinem Todfeind, so. Bist wieder da, ha, ruhig bleiben kannst du. Freilich bin ich da. Ich halte dich nicht lange auf. Ich wollte dich nur fragen, ob dir in drei Wochen mein Hochzeitstermin recht wert ist. Was geht denn mit deinen Hochzeitstermin an? Hast du so eine blöde gefunden, die die mag, ha? Dann freilich habe ich auch nicht gefunden und jetzt dreht sie sich halt nur noch um den Termin. Termin? Ha! Möchtest du wissen, was für eine Blöde in deine Rasse hineinheiraten würde? Äh, deine Tochter, die Nanni. Meid, was? Meid, ruhig bleiben kann, ruhig bleiben. Möchtest du mich da zum Narren halten, ha? Ich werde doch meinen Schwiegerpapa nicht zum Narren halten. Schwiegerpapa? Du weißt ganz genau, dass wir in Feindschaft leben miteinander, gell? Gelebt haben. Das ist schon lange vorbei. Was? Ja? Moment. Halt! Halt! Hältst, geht gleich. Komm, komm, komm. Was gibt's denn, was bläst du da so? Na, der Stefan, grüß dich. Grüß dich, Gott. Du hast Zeit lang nach deiner Nanni her. Was ist denn los, was bläst du denn so? Der, der da, der möchte mich für blöd verkaufen. Wir haben keine Feindschaft mehr mit dem Hauser und er möchte meine Tochter Nanni heiraten. Ja und, das hat doch seine Richtigkeit. Was? Ja, bitte. Ruhig bleiben kannst du mal, ruhig bleiben. Darf ich vielleicht jetzt endlich wissen, was hier im Hause gespielt wird? Also, Bauer, wenn du das vielleicht vergessen hast, ich erkläre dir das gerne. Vor ungefähr drei Wochen war ich da mit meinem Vater und ich hab um die Hand von deiner Tochter angehalten. Und ich hab euch nicht sofort hinausgeschmissen? Ach, woher? Ganz im Gegenteil. Was? Mit meinem Vater hast du die alte Feindschaft für ewig begraben. Ja, und den Verspruch habt ihr per Handschlag besiegelt. Ja, das gibt's doch nicht. Doch, Kasper. Hä? Die Mari, die Nanni und ich, wir waren ja auch dabei. Wir haben uns riesig gefreut, dass du so viel Einsicht hast und nur das Beste für deine Tochter holst. Hä? Die Nanni ist da gleich in den Hals gesprungen und hat die abpuzzelt. Und Stefan hat ganz neidig zugeschaut und die Mari hat fast gewohnt vor lauter Freude. Die Nanni, meine Tochter, hat mich abgebuzzelt? Ja. Das ist ja noch nie passiert. Und meine Aldi, meine Frau hat mich auch abgebuzzelt? Freilich. Ja, pfülltei. Ja, und du hast die Nanni auch abgebuzzelt, dass du so eine Freude hast gehabt? Ich? Ja. Oh Gott, der Schwinn. Und am Heimweg hat mein Vater zu mir gesagt, Sig Stefan hat er gesagt, der Schnatterbeck ist ein ganz geführiger Mann. Das ist der beste Schwiegervater, den du dir wünschen kannst. Das hat er gesagt? Hat er gesagt. Und dann hat er noch gesagt, ich weiß gar nicht, was die Leute immer zusammenreden. Er isst doch nicht so ein unkoppeter Büffel, so ein Gschreimaler der Gläufe und so ein giftiger Haustracher, wie er die Leute bereden, hat er gesagt. Und was für ein Bauer schickt ihn seine eigenen Leute in Urlaub, während der Ernte. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Und recht gehabt hat er. Ja. Ich möchte nur wissen, was die Leute haben, ne? Ich bin ja schließlich gar kein so ein Unmensch, ne? Na ja, dann war ja die ganze Feindschaft mit deinem Vater umsonst. Freilich war es umsonst. Und drum hat er auch nichts mehr gesagt zu dir, weil er gemeint hat, er ist im Unrecht. Er wollte dich nicht unnötig reizen. Aha. Und das mit dem Verspruch, das hast du halt vergessen. Vergessen? Psychiater. Ja, 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 jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Ja, 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 natürlich, ja, natürlich, ja, ja, natürlich, ja, natürlich, ja, das ist mir bloß momentan entfallen. Oh, ja, 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 ja. Und wann soll noch die Hochzeit sein? Ja, in drei Wochen haben wir den nicht. Da muss aber meine Tochter Nani und meine Alte auch einverstanden sein, gell? Schau, die sind doch einverstanden. Ja. Ich hab nämlich telefoniert mit Ihnen. Telefoniert? Ja, ja. Die haben gleich im Freudenschrei ausgestoßen, dass man bald einen Telefonhörer zerrissen hat. Einen Telefonhörer hast du zerrissen? Hoffentlich vergiss ich die Hochzeit nicht. Schaust halt an die Kirchentafel hin. Auf die Kirchentafel. Da hängt dann unser Aufgebot. Ja, das hab ich jetzt endlich verrollen. Ja, das ist ja nicht so blau. Jetzt freut mich direkt die ganze Arbeit wieder. Na, also. Was soll ich denn tun? Heu abladen. Heu abladen, das mach ich. In einer Stunde bring ich dann nochmal hervor. Na, ist das die Kirchentafel. Das freut mich. Sagst du dir eine Grüße an dein Papa und deine Mama. Sie sind nicht vergessen, mich einzuladen zur Hochzeit. Sonst vergiss ich es auch wieder. Jetzt geht's um Heu abladen. Also jetzt brauch ich einen Schnaps. Ja. Ich glaub, ich träum. Mein Gott, haben mir die Knie gezittert. Da schon her. Trink, dass du wieder aufwachst. Ich weiß gar nicht, wie er dir tanken soll. Aber deine Idee, die war fantastisch. Wenn wir das ja jemandem erzählen, der hält uns für stocknerisch. Na ja. So schlimm war das auch nicht. Und da braucht man gar keinen Doktor nicht sein. Da klingt ein ganz einfacher psychologischer Trick. Verstehst du? Also nachher. Also ich glaub, unser Bauer spinnt. Der ist total narrisch worden. Stellt's euch vor. Der pfeift. Der pfeift ein Liedl. Ja, früher hat doch der nur doch Finger pfeiffern. Ja, was pfeift er denn für ein Liedl? Du bist verrückt, mein Kind. Du bist da verliebt. Uraschel, da hat er den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Ja. In drei Wochen, Uraschel, da haben wir eine Hochzeit. Ja? Wer nimmt denn die? Wer redet denn von mir? Ach so? Nein, der Stefan Heuraden. Ehrlich? Hat der Bauer dies wirklich geschluckt? Nicht bloß geschluckt. Er hält sich für den Nettesten und für den Bravsten und für den, für den vollkommensten Menschen. Er? Ja. Der Nett? Da brauch ich einen Schnaps. Er ist der Nett. Das muss ich meine Kühe erzählen. Die glauben mir das nie. Nie. Ich muss das Heu neu fahren und nur eine Viertelstunde soll ich die zwei vom Bahnhof abholen. Was mach ich denn jetzt? Du weißt was, fahr du zum Bahnhof und bring mir mein Nanni. Das Heu fahr ich für dich rein. Ach, das ist schön für dich. Ich dank dir recht schön, gell? Ich muss auf dir danken. Irgendwas stimmt mit mir nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Ich bin damisch. Ich hab einen Vogel. Es sind Sachen, die gar nicht da sind. Ich schaffe Sachen an, die ich nie angeschafft hab. Mein Gott, das wollen. Hoffentlich bleibt es nicht bei mir. Die werden wahnsinnig. Ja, hier rein. Grüß Gott. Grüß Gott. Sieh, Sieh, Herr Kasper Schnatterback. Ich bin der Kasper Schnatterback. Das sag ich doch. Und wer sind Sie? Ich bin Dr. Kruppschneider. Ich bin Psychiater. Die erste ist der Klaubsdoktor. Ihr Bruder hat mir erzählt, dass Sie immer Sachen anschaffen, von denen Sie nachher nichts mehr wissen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich weiß... Ich weiß, wie ich gar nicht siehe, wie ich gar nicht siehe, dann schaffe ich Sachen an, die ich überhaupt nicht angeschafft hab. Ja. Ich glaub, bei Ihnen stimmt irgendwas nicht. Das weiß ich selber, der Bratkonduktor. Jetzt beruhigen Sie sich, Herr Schnatterback, Schnatterback, und setzen Sie sich mal ganz ruhig in den Stuhl. Ganz ruhig in den Stuhl. Ja, ich rede. Wir werden zuerst einmal die Reflexe testen. Was tun wir testen? Die Reflexe. Schlagen Sie doch mal bitte ein Bein über das andere. So. Reflexe sind da. Aber alles ist ja nicht da. So, hast du recht. Und jetzt blasen Sie mal hier rein. Mal reinblasen? Ja. 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 Da, da haben wir schon. Einmal frei. Überdrück. Überdrück. Nehmen Sie bitte Platz. Schauen Sie, dass Sie die Steine aufeinander bringen. Aufeinander. Die Steine aufeinander. Auf alle Fälle werde ich Ihnen eine gute Medizin aufschreiben. Ja, sind Sie gut. In einem Monat ist alles vorbei. Oh, ich weiß nur, einen ganzen Monat bin ich damisch. Ich schreibe Ihnen auf, auf alle Fälle einmal Strizilizipin auf. Na, was schreibe ich mir da oben? Strizilizipin. Strizipin. Ja, das ist nur ein medizinischer Fachausdruck. Aha. Und heißt so viel wie Desoxyribonuklein. Aha. Das Zweite wäre mir lieber. Ja. So, Herr Schnatterbeck. Jawohl. Hier haben Sie Ihr Rezept und fleißig einnehmen. Einnehmen. Sie müssen nämlich wissen, Herr Schnatterbeck. Schnatterbeck. Ich war genau einmal so krank wie Sie. Ja. Aber seit ich Strizilizipin nehme, geht es mir wieder gut. Ja, das ist sicher. Das ist sicher. Und nachher, Sie, 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 Herr Strizipin, Sie, Lieben, und des Zucken verkehlt es mir wieder. Das bleibt's. Was? Auf Wiederschalt. Wir Beckerstadt. Was? Na, wir Beckerstadt. So ist es. Das ist alles gut gegangen, Schwiegermann. In drei Wochen ist Hochzeit. Nanni, ich weiß nicht, wie das gegangen ist, aber die Freundschaft ist begraben. Und wen haben wir das zu verdanken? Ja, mir. Ja, nicht vor mir. Oh, Papa. Dankeschön. Ja, getroffen. Oh, Pau. Mei, bin ich froh, dass du wieder daheim bist. Nein. Da ich hab ja so viel arbeiten müssen. Ja. 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 Und deinen Mann, den hast du ganz schön verwöhnt, mein Lieber. Wurstel, red ganz ein Blödsinn, gell? Du, Gell. Was? Wenn du meinst, weil deine Bäuerin jetzt wieder daheim bist, jetzt kannst du mich schikanieren. Da hast du aber brennt. Ja? Jawohl. Ich geh nämlich zum Stefan und zu der Nanni im Dienst, wenn du mich ärgerst. Ja? Und dann kannst du ärgern, den du mockst. Du Tyrann. Du, du Haustyrann. Mal rüber, lass mal. Kann ich glauben. Genau. Na, Alter. Geht's dir jetzt besser? Ja, das sieht's ja. Na, was zuckst du denn so? Das hab ich vom Doktor. Ja? Ja, der Monat bin ich wieder gesund, hat er gesagt. Und des Zucker? Das bleibt. Macht nix. Strafe muss sein, gell? Oha. Oha. Ja, ja. Ich weiß schon. Lieber Gott. 30 Jahre hab ich meine Frau gerne. Aber wenn du sie lieber hast, dein Wille geschehe. Lachen macht das Leben schön, drum lachen wir so gern. Lachen macht das Leben schön, drum lachen wir so gern. Lachen mit uns, ob du wir geh'n, dann sind die Sorgen fern. Lachen macht das Leben schön, drum lachen wir so gern. Jetzt ist alles soweit. Herst du willkommen. Herst du willkommen. Für die Atte starre Zeit. Herst du willkommen. Herst du willkommen. Für die Atte starre Zeit. Herst du willkommen. Vielen Dank.